Entsteht Schwindel nach dem Aufstehen, kann dies häufig einer Kreislaufregulationsstörung geschuldet sein. Das bedeutet, dass das Blut aus dem unteren Teil des Körpers nicht schnell genug nach oben gepumpt wird, in den oberen Bereich oder in das Gehirn. Und dieses ist dann durch das Aufrichten kurzfristig weniger mit Sauerstoff versorgt. Da kann es helfen, wenn man vorm Aufstehen schnell noch einmal die Beine bewegt oder die Muskeln anspannt oder die Bewegung langsamer ausführt, als man es eigentlich vorhat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017